Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Das Ungleiche Kräfteverhältnis, die extreme Gewalt gegen die Zivilbevölkerung, die Verbissenheit der russischen Regierung und der Armee, sowie das absolute Schweigen des Westens. Man fragt sich warum. Heute befassen wir uns mit der tschetschenischen Gesellschaft und ihrer Geschichte, nächste Woche mit den beiden Tschetschenienkriegen und ihren Gründen. Die russische Föderation mit der Hauptstadt Moskau besteht aus 89 Territorialeinheiten mit unterschiedlichem Status. Gebiete, Regionen und 21 Republiken. Tschetschenien ist eine der Republiken. Im Vergleich zur russischen Föderation, die sich über 17 Millionen Quadratkilometer erstreckt, ist Tschetschenien 16.000 Quadratkilometer groß und dort leben 700.000 der insgesamt 147 Millionen Einwohner Russlands. Soweit zu den administrativen Daten auf nationaler Ebene. Wie aber sieht es auf regionaler Ebene aus? Dabei handelt es sich um die Kaukasusregion, eine Landbrücke zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer, über die man von Russland aus zu den warmen Meeren gelangt. Allerdings ist der Kaukasus mit seinen über 5000 Meter hohen Gipfeln nur schwer zu überwinden. Deshalb war er schon immer ein Rückzugsgebiet. Für die Georgier um 2000 vor Christus, die Armenier im 6. Jahrhundert vor Christus, die aserbaidanischen Türken im 12. Jahrhundert und heute für die Widerstandskämpfer in Tschetschenien. So siedelten sich in dieser Region zahlreiche Völker mit unterschiedlichsten Kulturen und Sprachen an. Sie leben heute südlich des großen Kaukasus in Aserbaidschan, Georgien und Armenien und nördlich davon in sieben der 21 Republiken der Russischen Föderation. Die Tschetschenen sind also eins der nordkaukasischen Völker. Sie leben dort seit 2000 Jahren und sind wie ihre Nachbarn die Inguschen, Vainachen, die kaukasische Sprachen, also weder indoeuropäische noch türkische sprechen. Nun zu den ethnologischen Daten der tschetschenischen Gesellschaft, in der es im Gegensatz zu Russland keine Fürstenherrschaft gab. Es handelte sich sogar um eine klassenlose, nichtstaatliche Gesellschaft, die sich gewissermaßen selbst verwaltete. Jede Gemeinschaft war autonom und konnte keiner anderen ihren Willen aufzwingen. Die neun Sterne auf der tschetschenischen Flagge symbolisieren neun Stämme, die sogenannten Tukums, deren Zusammenhalt auf gemeinsamen Vorfahren und Dialekten beruht. Jeder Stamm bildete eine wirtschaftliche und militärische Gemeinschaft aus etwa zehn Clans, den Types, die ihren Namen von einem Berg oder einer geografischen Bezeichnung haben und nicht auf Blutsbanden, sondern auf gemeinsamen militärischen und wirtschaftlichen Zielen beruhten. Man mag meinen, dass all das nichts mit dem russisch-tschetschenischen Konflikt zu tun hat, aber das stimmt nicht. Zunächst einmal sind die Clans in Extremsituationen einander gegenüber solidarisch. Denn wenn einer im Kampf gegen den Feind nicht genug Mut zeigt, steht er in den Augen der anderen schlecht da, weil er zum allgemeinen Unglück beiträgt. Und da das Sittengesetz, das ADAT, die zwischenmenschlichen Beziehungen regelt, stand es von jeher über den fremden russischen oder sowjetischen Gesetzen. Jede russische Offensive förderte somit die Solidarität der Clans untereinander und stärkte das Nationalgefühl der Tschetschenen. Ein weiterer Grund für den Zusammenhalt der Tschetschenen ist ihre Religion. Aus dem Osmanischen Reich und aus Persien drang seit dem 15. Jahrhundert der Islam ein, der sich Ende des 18. Jahrhunderts in Tschetschenien durchsetzte. Aber entgegen einer weit verbreiteten Meinung ist er dort gemäßigt, sunnitisch und bruderschaftlich. Denn die Tschetschenen hängen dem Sufismus an, einer mystischen Richtung des Islam. In Tschetschenien handelt es sich um die beiden Bruderschaften Kadiri und Naxbandi. Zwei Brüder einer Familie oder zwei Mitglieder eines Clans können durchaus zwei verschiedenen Bruderschaften angehören. Deshalb übernehmen die Bruderschaften bei Konflikten auf die Rolle eines Mittlers. In gewisser Weise ist die Tschetschenische Gesellschaft also vom Clansystem und vom Sufismus auf entgegengesetzte Weise geprägt. Schließlich ist Russland mitverantwortlich für das Tschetschenische Nationalgefühl. Russland war Ende des 16. Jahrhunderts lediglich eine Kontinentalmacht, die aufgrund ihrer Binnenlage ab dem 17. Jahrhundert nach einem Zugang zu den Meeren im Süden strebte. Zum Schwarzen Meer und den Dardanellen, die vom Osmanischen Reich kontrolliert wurden. Die russischen Truppen suchten durch die Überquerung des Kaukasus vor allem einen Zugang zu den warmen Meeren und interessierten sich nicht für die nordkaukasischen Völker, deren Kolonisation gar nicht zur Debatte stand. Aber bereits bei ihrem ersten Feldzügen im 18. Jahrhundert wurden die Truppen Peters des Großen und Katharinas der Großen vom Widerstand dieser Völker überrascht. Besonders bekannt sind die Aufstände unter Sheikh Mansur von 1785 bis 1791 und dem dagestanischen Imam Shamil, einem Sufi der Nakhspandi-Bruderschaft von 1835 bis 1859. Deshalb kam es für Russland darauf an, den nordkaukasischen Widerstand zu brechen. Die dort lebenden Völker wurden nun in äußerst heftige Kämpfe verstrickt und dabei fast vernichtet, wie zum Beispiel die Ubechen. Die Tscherkessen wurden vertrieben oder flohen ins Osmanische Reich. Und das Gebiet der Dagestaner und Tschetschenen wurde von slawischen Siedlern besetzt. 1859 gab es 98.000 Tschetschenen und das in Tschetschenien stationierte russische Armeekorps umfasste 113.000 Mann. Abgesehen von der traurigen Ähnlichkeit mit der heutigen Lage hatte der nordkaukasische Widerstand im 19. Jahrhundert drei gemeinsame Nenner. Den Islam, die Bewahrung der Unabhängigkeit, über die bis dahin alle Völker verfügten, und die Sprachen des Islam, Arabisch und Türkisch, in denen die kaukasischen Völker miteinander kommunizierten. Anfang des 20. Jahrhunderts entlud sich unter dem bolschewistischen und sowjetischen Regime der Widerstand der nordkaukasischen Völker in den gewaltsamen Aufständen von 1921, 1924, 1928, 1937. Stalin versuchte daraufhin, die Solidarität der Völker zu brechen, deren Funktionsweise er als gebürtiger Georgier gut kannte. Seine Taktik bestand darin, das Gebiet verwaltungsmäßig zu spalten. In sozialistische Sowjetrepubliken wie Georgien und Russland und in sogenannte autonome Republiken wie Tschetschenno-Ingoschetien innerhalb der Republik Russland. Tscherkesten und Kabardiner, die eine gemeinsame Sprache hatten, wurden getrennt und mit turksprachigen Völkern in den Republiken Karatschai-Tcherkessien auf der einen und Kabardino-Balkarien auf der anderen Seite zusammengeführt. Natürlich scheint das kompliziert, aber letztendlich hatte Stalin Erfolg mit seiner Taktik. Durch die administrative Aufteilung traten die Clan- und Stammestrukturen in den Hintergrund und es kam zu Konflikten zwischen den Volksgruppen. Dadurch waren diese Völker für die russische Zentralgewalt nicht mehr ganz so bedrohlich. Aber das reichte Stalin nicht. Aus bisher noch nicht ganz geklärten Gründen und unter dem unzutreffenden Vorwand der Kollaboration der Tschetschenen mit der Armee Nazi-Deutschlands befahl Stalin im Februar 1944, das tschetschenische Volk nach Sibirien und Kasachstan zu deportieren. Schätzungen zufolge starben dabei etwa 200.000 Menschen, ein Drittel der 600.000 Tschetschenen. Die Deportation endete erst mit der Rehabilitierung des tschetschenischen Volkes im Jahre 1957. Diese Kolonisation und die Deportation brachten die Tschetschenen um ihr Land und zerstörten die solidarischen Bande, was letztlich zum Entstehen des heutigen Nationalismus beitrug. Geografie, Geschichte, Sprache und gesellschaftliche Strukturen, aus all diesen Elementen entwickelte sich der hartnäckige tschetschenische Widerstand, so wie wir ihn heute kennen. Das ist der Hintergrund der heutigen Tschetschenien-Kriege. Außer, dass Russland keinen Zugang mehr zu den warmen Meeren sucht und es keine sowjetische Ideologie mehr durchzusetzen gilt, im Prinzip jedenfalls. Warum geht Russland also so verbissen gegen dieses Volk vor? Um das herauszufinden, wollen wir nächste Woche versuchen, uns, soweit möglich, in den russischen Standpunkt hinein zu versetzen. Vom Widerstand unter dem Imam Shamil, den ich vorhin erwähnt habe, berichtet Alexandre Dumas im Shamil et la Résistance Tschetschenne contre les Russes au 19. siècle bei Nautilus. Zu empfehlen außerdem von Laurence Pinet Le Chardon Tschetschenne bei Cyrus Jeunesse und ein sehr gutes Buch der russischen Journalistin Anna Politkovskaya Le Désonneur Russe bei Bücher Chastel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017